servus youtube und willkommen zurück bei mir auf meinen kleinen kanal und hier sind wir wieder in unseren kleinen shop wir schauen mal wie man das machen die sachen weiterverkaufen stellen wir uns mal wieder an die kasse ich würde sagen wir machen das dann folgenmäßig nicht mehr tagemäßig teilweise nicht viel natürlich werde ich eine kartenpacks öffnen aber ich werde aber zu vielleicht mal einen tag laufen lassen dass man hier ein bisschen schneller sonst ziehen wir uns zu sehr ich sagen und das wollen wir alle nicht das ist nicht so schön wenn sie sich darum hier der letzte tag also tag neu was ist denn hier leer hier was sind leer ok und warum gehst du nicht ganz an die wand das ist doch ganz an die wand einmal bis hier ja 45 60 die aus und eine einzelkarte mit der karte da müssen wir gleich mal bestellen und zwar blau biggies die karte und die karte und das bestellen wir gleich mal der nächste hier das ist schon wir können einige lizenzen frei schalten jetzt schon wieder gespielt gespult das machen wir dann wenn wir die lizenzen hier oben haben moment bin gleich dabei ich bin schon auf mich 18 euro zurück während die hirn hier oben bleibt weiß ich auch nicht nicht da wollte ich eins ist schon ein bisschen schneller gespielt hat eingekauft nicht ganz so viel auch nicht schlimm hier 37 ist nicht leiden musste bestellen das war einmal zu weit ein stinker moment einmal an die kasse 5 euro 82 zurück eine einzelkarte einmal 94 noch eine einzelkarte auch 94 zurück trinken ich vergesse beim ganzen reden ich bin schon da kaufen immer schön auf die preise auf dass man nicht zu teuer sind die abweichung tag zu tag aber noch einen privaten spiel stand damit man das dann schon zwei karten jetzt mal wieder 19 euro 85 2 bg ist und eine karte 82 zurück 2 mal dios und eine karte eine einzelkarte ein paar boosterchen 18 32 zurück eigentlich haben sich die nicht zum einzelverkauf aber ok die werkbank haben wir noch nicht also machen sich trotzdem ein einzelverkauf so kontakt blaue böse brauchen wir dann auch bald wieder aber wir wollten eine lizenz eine lizenz und zwar einmal die biggies von den orangenen müssen sich dann noch ein regal leisten weil ich weiß schon wie ich das mache nicht ja ich weiß moment ich komme sofort 26 16 zurück das ich hier aufgehoben habe Zack. Zack. Und dann die blauen. Zau. Dann können wir die Uhr. Zack. Zack. Weg. Einer an der Kasse? Okay. Kleine Schachtel. Ein paar Päckchen. EUR 46 zurück. Dankeschön. Ein paar Päckchen und ein paar Päckchen. Dankeschön. Ein paar Päckchen. Ein paar Päckchen. Ein paar Päckchen. Äh. Dann müssen wir bestellen. Blau. Also. Wir bestellen jetzt mal. Da zwei. Und da noch eins. Dann die Planbüffel einmal bestellen. hier haben wir noch nichts anderes frei. Doch. Deckboxen werden noch frei. Da haben wir aber die grünen und eine Matte. Okay. Figuren hätten wir auch schon zwei frei. Okay. Wir bestellen aber jetzt mal hier. und füllen hier wieder auf. Neue Artikel. Okay. Zum einloggern. Ein paar Päckchen haben wir noch. Ach. Bigies. Okay. Auch zum einlagern. Ein paar Päckchen haben wir noch. Ach. Bigies. Okay. An den Preis. Wir machen hier eigentlich alles ziemlich marktpreis. Okay. Karten wieder auffüllen. So. Ah. Okay. Dann würde ich sagen. Schließen wir. Und sind für den Tag wieder durch. Also bedanke ich mich wieder für euer Zusehen. Den Like Button drücken. Den Abo Button drücken. Leißig kommentieren. Ich freue mich über alles. Tschö. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. up. ���